Wie eine Fee fühle ich mich Schauspielerin Chrysensi Kawasi, 34, lebt gerade wieder einen echten Mädchentraum. Für die super Hochzeit ihrer GZSZ-Rolle Laura Weber darf sie nämlich nach Herzenslust Brautkleider anprobieren. Dabei ist eins schöner als das andere, und das weckt Erinnerungen an die eigene Hochzeit mit Tom Beck, 45, wie unser Video beweist. Ein Kleid für GZSZ-Laura, und romantisch soll es sein. Es ist die super Hochzeit bei GZSZ, Laura, Chrysensi Kawasi, und John, Felix von Ja-Off, geben sich das Ja-Wort. Da muss natürlich alles stimmen, vor allem das Kleid. Und das perfekte Modell zu finden, das ist jetzt eben die Aufgabe von Chrysensi Kawasi, und GZSZ-Stylist Thorsten, Tosch, Meisel. Zwei Serienhochzeiten hat Chrysensi Kawasi als Laura bei, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, schon hinter sich. Dieses Mal soll es so richtig romantisch werden. Eine Aufgabe, die Chrysensi sichtlich Spaß macht, und die zudem extrem schöne Erinnerungen an ihre eigene Hochzeit mit Tom Beck vor gut fünf Jahren weckt. Chrysensi Kawasi, von vier bis vier Uhr morgens getanzt, 2018 war das Jahr ihrer eigenen Superhochzeit. Da haben Tom Beck und sie es auf griechische Art so richtig krachen lassen, unter anderem mit 113 ihrer Verwandten. In Griechenland ist es so, erklärt uns Chrysensi, du kommst auf die Feier. Die Leute warten schon auf dich, und wenn du reinkommst, wird sofort gefeiert. Es wird sofort getanzt. Das Essen ist so ein Zwischending. Dann wurde von vier Uhr bis vier Uhr morgens getanzt. Und jetzt, wo sie für ihre Rolle Laura das schönste aller Kleider finden will, und jedes wieder neue Erinnerungen weckt, weiß Chrysensi einmal mehr. Sie selbst würde ihn auch nochmal heiraten, ihren Tom. Immer wieder, immer wieder, schwärmt die 34-Jährige. Einfach, weil er ist. Und weil ich mir jedes Jahr ein neues Kleid aussuchen könnte. Scheint ganz so, als sei hier jemand so richtig auf den Geschmack gekommen. Ob es eines der oben im Video anprobierten Kleider allerdings wirklich vor den Serien-Altar schafft, das sehen wir erst in der großen GZSZ-Hochzeitsfolge am Montag, 16. Oktober im TV. Oder aber auch jetzt schon online auf RTL Plus. Wenn ich ja jetzt wieder看e euch 3-Jährige erhalte. generiert die 35-Jährige, neu auf den Chargen��lauchern zu sehen, oder, ist das hier schön sei. Vielen Dank.